Und da ist er. Der Clip der Woche. Immer wieder schön. Ist ja gut. Oh ja. Holz. Immer nur Holz. Langweilig. Immer nur Holz. Jammer nicht. Andern haben gar nichts zu fressen. Ja, aber immer nur Holz kann es doch nicht sein. Es sind halt Holz, wenn man verdammt flendet und frisst. Ja, man wird ja mal träumen dürfen, oder? Träume, träume, träume. Von was willst du träumen, ha? Was anderes zu sein. Was anderes? Zum Beispiel einen Bandwurm. Einen Bandwurm, ha? Da wärst du sieben Meter lang, da würd's dir gar nicht reinpassen, ne Tisch. Dann würd immer einer probieren, nicht ans Licht zu zerren. Und der Hauser, der tut dir dann voll lauter Wut, weil er so viel fressen muss, wie ich dir dreimal am Tag auf den Kopf kacke. Tolles Leben. Ha, tolles Leben. Dann vielleicht lieber ein Ohrwurm. Ohrwurm. Kost ja, das Blöds, was ich gehört hab. Ein Ohrwurm. Ach so? Du wirst den ganzen Tag im Radio rufen, runtergeduddelt, bist du dich selbst bekotzt. Verstehst du hier? Da kann ich gar nicht mehr leiden, sag es alle. Der scheiß Ohrwurm, ich kann ihn nicht mehr hören, ich kann ihn nicht mehr hören. Willst du so gehasst werden? Nee, hast ja recht. Was meinst du, wie viele Leute mit uns tauschen werden? Wer dann? Alle. Die Kackellacke, die Moskitos, die Schmeißfläche, Fruchtfläche, Stechfläche, alle. Fruchtfläche auch? Ja. Klar, die bist doch nicht. Na ja, ich mein, so gesehen hast du natürlich recht. Da sind wir hier relativ sicher, ne? Und sieht keiner? Wenn wir leis fressen, hört uns auch keiner. Wir müssen allerdings da unten mal das Säschemehl wegmachen und zerwischen sie uns noch. Dann ist Schluss mit dem schönen Leben hier am Tisch, hm? Aber das machen wir trotzdem später, weil jetzt hab ich gerade so einen Appetit. Aber nach dem Fressen wird aufgeräumt, klar. Versprochen. Versprochen. Aber jetzt hab ich so einen Hunger. Schach. Mh, wie gut, oder? Ja, die ganze Lackierung. Einmalig. Was ist denn das? Margoni, oder? Könnte auch Ahorn drin sein, oder? Und Stichahorn ist drin. Merk ich, Stichahorn ist drin. Voll die Teufel. Hä? Was haben wir denn da eben für ein Pressbahnblatt, oder was? Voll die Teufel. Das ist doch nicht von Ikea, oder? Die einem da bieten heutzutage, ja. Wenn ich vermutlich den ganzen Tisch auffresse. Fressbahnblattet mit Teufel.